Mein Name ist Dr. Christian Kainz. Ich bin ärztlicher Direktor der Privatklinik Töbling und des Ambulatorium Töbling in Wien. Ich bin von der Fachrichtung her Spezialist für Gynäkologie und Geburtshilfe. Gebärmutterhalskrebs ist ein sehr spezieller Fall der weiblichen Genitalorgane, weil hier eine sehr gute Prävention mit der HPV-Impfung existiert und andererseits auch eine wirklich gute Screening-Untersuchung möglich ist, die das Entstehen von invasiven Gebärmutterhalskrebs zu 100 Prozent verhindern kann. Die Entstehung ist hauptsächlich durch die Infektion mit dem humanen Papillomavirus bedingt. Das humane Papillomavirus hat verschiedene Stämme. Gegen diese häufigen Stämme, diese Krebsstämme, gibt es auch die Impfung und hier wirkt sie, wenn man sie früh genug durchführt, zu 100 Prozent. Findet man in der Vorsorgeuntersuchung eine Vorstufe für Gebärmutterhalskrebs, so wird zuerst zugewartet, weil in 50 Prozent kann sich bei frühen Stadien diese Veränderung wieder von selbst zurückbilden. Zusätzlich wird dann keine spontanen Rückbildung, so muss ein kleiner Eingriff durchgeführt werden, die sogenannte Konisation. Heutzutage wird mit einer Drahtschlinge geschnitten und gleichzeitig auch koaguliert, sodass der Muttermund nicht vernarbt und auch die Fruchtbarkeit später und die Möglichkeit schwanger zu werden und die Frühgeburtlichkeit nicht negativ beeinflusst werden. Damit wird in den meisten Fällen, also zwischen 80 und 90 Prozent, auch die HPV-Infektion wieder eliminiert. Findet sich ein kleiner Tumor, der invasiv ist, dann wird eine Operation durchgeführt, bei der die Gebärmutter entfernt werden muss und die Lymphknoten des Beckens entfernt werden und das umliegende Gewebe der Gebärmutter. Das ist die sogenannte Wertheimsche Radikal-Operation. Diese Operation wird heutzutage schon sehr schonend durchgeführt, sodass auch der Aufenthalt und die Lebensqualität nachher gut sind. In der Privatklinik Döbling haben wir den Ansatz, dass wir eine sehr individualisierte Therapie anbieten, das heißt, so radikal und so viel wie unbedingt notwendig, aber mit so wenig Nebenwirkungen und so einer geringen Belastung für die Patientin wie nur irgendwie möglich. Wir betreiben hier in der Privatklinik Döbling eine eigene Dysplasie-Ambulanz. Dysplasie ist die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. In dieser Sprechstunde bieten wir sowohl Vorsorge wie auch Prävention in Form der Impfung an und es können auch Zweitmeinungen bei Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs oder bei Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen eingeholt werden. Das Gebärmutterhalskarzinom ist ein Karzinom, das man wirklich vermeiden kann, indem man Prävention und Vorsorge durchführt. Und so haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass wir nur mehr ganz wenige große Tumore, invasive Tumore haben, die eine Radikaloperation erfordern und wir haben viele Frauen, die entweder gar keine Vorstufe entwickeln oder eine sehr frühe Vorstufe entwickeln und die dann zu 100 Prozent geheilt werden können. Sitzelaison